Ja, und herzlich willkommen zu Mad Max mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. In der letzten sehr dramatischen Folge sind leider Gloria und Hoop zu Tode gekommen. Und Max, also Skotus war es gewesen, er hatte bei Deep Fryer, was macht ihr denn da? Randaliert und hat sich an den beiden vergriffen. Kann man ja so sagen. Und nun sind Max auf Rache. Und Informationen könnte er nach dieser leckigen Reihe von dem Blutbeutel kriegen. Boah. Danke für den Tipp. Das hält ja doch nicht lange aus so. Wie hält man doch nicht ewig aus, wenn das Blut so... Oha, jetzt geht's los. Ach, du Scheiße. Sham, bist du bereit? Der muss auch Kopfschmerzen haben. Ach, eine Kolonne! Ist noch einer hinter uns? Nein. Wir haben genug. Denn gegen den Panzer können wir eh nichts anfangen. Geh ich mal von aus. Sieben. Weg mit ihm. Ich bringe sie alle um. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Wir haben jetzt noch sechs. Scham, du bist klasse. Ah, das klappt wunderbar. Oh, das sah nach Minen aus. Oh, Auto! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße. Fahrfehler! Der ist weg. Hey, hey, hey. Der ist weg. Ach, nee. Ich muss sie vernichten. Ach, der ist im Abgrund gefallen. Guck mal, jetzt habe ich den grünen Punkt vorne. Das wäre sonst gar nicht aufgegangen. Randa. Jetzt gucken wir uns mal die Kiste an. Den Landmover vernichten. Der wird doch bestimmt starke Panzerung haben. Mann, 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 Mann. Huch. Treibstofftanks? Hiermit kann ich gar nichts machen. Ich muss dicht daran, ne? Aber nicht zu dicht. Der hat ja so eine... Ich kann nicht schießen. Wir hätten da geschrien. Hat ihr das auch gehört? Oh, da kommen Gegner. 1-2-4-0-3-0-3-0-3-0-3-0-1-0-4-0-3-0-4-0-4-0. Oh, scheiße. Mein Auto. Oh, Spiel. Unglaubwürdig hier. Höchste Bodenfreiheit. Und Spezial-Sandreifen. Und dennoch sowas. Wie macht man das, wenn man das nicht hat? Vielleicht komme ich noch an die andere Seite ran. Ich bin gleich dicht genug dran. Och, Max. Ich habe nicht unendlich Munition. Die waren ja zu sehen. Ich habe ja... Vernichte den Lenden-Mover-Unu. Jetzt macht er nach hinten Feuer oder was? Aha, wartet mal. Ja. Ich muss bloß aufpassen hier. Ja. Ja, hau so einen rein. Ach, kacke, kacke, kacke. Fall runter. Fall runter. Oh, scheiße. Der braucht nur einen kleinen Schubs. Mach schneller. Komm, schneller. Schnelle. Scham, mach keinen Scheiß. Was macht er? Was macht er? Ich muss das machen. Ich finde das bescheuert. Aber er sollte ja runtergehen. Ah, kacke. Scham, du Idiot. Und der fällt nicht runter. Scham. Nein. Oh, nein. Ach, der Opo ist auch weg. Ja, das war klar. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, hier, guck mal, was da liegt. Oh, nein. Wo ist er? Ach, da. Oh, das hat aber viel gebracht. Da lag noch was. Wo sind sie? Ach, da. Ach, da. Oh, das bringt ja überhaupt nichts. Also, die Taktik ist verkehrt. Kann ich so weit werfen? Schnell, ich muss das mit diesen Stäben machen. Komm, 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 komm. Sammel ein. Wo, 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 wo? Wo ist das Auto? Da. Ich werfe, ich muss ihn noch losfahren lassen. Jawohl, ich hab sie. Da ist er. Er hat gesessen, aber auch bei uns. Er ging daneben, aber ich hab's auch überlebt. Ach, Mensch, nur nimm die, nimm die, nimm die Scheiße. Ich hab mich verdrückt. Wieder daneben? Oh, ich wipp hier mit. Aber jetzt. Wir kriegen dich. Ah, ist ein bisschen dicht, ne? Jawohl! Oh. Das war zu laut. Das hab ich gesehen. Total übersteuert. Scheiße, tut mir leid. Du hast dein Auto wieder. Ja. Das, was kann man doch nicht überleben. So ein Quatsch. Oh, der hat da was drinne stecken? Das ist nicht so gut und sieht nicht so gesund aus. Max? Was passiert jetzt? Ja, wo soll's denn auch anderes hin? Das oben bitte auch nochmal rein. Wie kann man da noch leben mit? Nicht gerade sehr glaubwürdig. Muss ich ja mal sagen. Er hat sein Auto wieder. Er hat alles verloren. Wieder mal. Und nun? Was hast du jetzt vor, Max? Ja, okay. Alles. Was? Alles. 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 Was für ein schönes Spiel, auch wenn ich jetzt hier mal rumgemeckert habe oder so, das passiert dann. Halt bei mir, wenn das Adrenalin durch die Venen schießt. Ein wirklich schönes Spiel. Kaufen, selbst spielen, es macht echt Laune. Havalang Studios. Schöne Grafiken, aber ein sehr tragisches und trauriges Ende. Alle neun Freunde verloren, wieder ganz allein und wieder wie am Anfang. Was mich interessieren würde, ob man jetzt noch weiterspielen kann. Da waren ja noch ein paar Sachen über. Und ob Scham denn wieder lebt. Oder ob jetzt Schluss ist. Ob das Bilder aus dem Film sind? Ne, das sind Grafiken. Fjur... 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 Fjuriroth. Mensch! Mein Hosenbönger lag etwas ungünstig eben. Ist auch eigentlich ein sehr schöner Actionfilm geworden. Fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht, den anzugucken. Tja, bin noch ein wenig geflasht vom Ende. Das war ja dann doch leichter als diese Zwischensequenz mit dem Rennen in Gastau. Das hat ein wenig Nerven gekostet und ich hoffe, ich habe meine Nachbarn nicht wach gemacht. Oh, der schöne Auto. Ah, das sind tolle Grafiken, ne? Tolle Szenen oder Aufnahmen hier. Die Atmosphäre absolut top. Die ganze Map richtig schön, obwohl ich nicht glaube, dass die so größer ist als die von Witcher. Das glaube ich natürlich nicht. Das sieht doch schon ein bisschen kleiner aus, aber sie ist groß, da war auch viel zu tun. Ich habe auch noch genug übrig gelassen, wie man gesehen hat. Ja, so eine alten Maskelkars, die haben was. Oder Maselkars, nicht Maskel. Maselkars heißen die ja. Und so eine Oldtimer, so eine aufgebohrten. Oldtimer gibt es vor allen Dingen in sehr gut erhaltenem Zustand noch in Kuba. Noch kann man sich die angucken, aber die wollen sich ja jetzt ein bisschen öffnen, auch dem Westen gegenüber. Und ich denke mal, das wird irgendwann da auch vorbei sein mit den Oldtimern. Sehr gut erhaltene Autos aus den 50er Jahren. Also in den 50er Jahren, bevor die Revolution war und Fidel Castro an die Macht kam. Und ja, dann gab es das Embargo und dann gab es keine anderen Autos. Und dann haben die Kubane die Dinge am Leben gehalten. Richtig schick. Ja, sehr schöne Bilder. Macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Teilweise fast fotorealistisch. Ach, jetzt wird der alte Mann sogar ein bisschen müde. Ich muss mich erst mal nachher um die komische Folge kümmern, gleich zu Beginn. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass die andere noch nicht zu lang ist. Aber ich schnippel das irgendwie zusammen. Und dann wird das eben ein chaotisches Auto rennen, wo ich dann... Wer sich das ange... Was sind das für Geräusche? Wer sich das angeschaut hat, der hat das ja gesehen, wie ich mich da angestellt habe. Aber ich vermute mal, das Auto war zu schwer dafür. Ich habe ja jetzt die Panzerung auch geändert. Ich hätte das noch ein bisschen abspecken sollen, damit der Wagen schneller ist. Denn Munition, das wusste ich nicht, hatten wir anscheinend unendlich dort. Also nur mal so als Tipp. Wagen ein bisschen leichter machen. Und wir haben ja genug Dornstecher dabei gehabt, dann wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Und wie viele Leute mit sowas immer beschäftigt sind. Mann, Mann, Mann. Da kann man den Entwicklern nur hoffen und wünschen, dass sie auch ordentlich Lizenzen verkauft haben und Spiele verkauft haben. Dass das Geld wieder reinkommt. Aber jetzt wiederholt sich das, ne? Ich will mal schauen, kann ich das abbrechen? Überspringen. Dann machen wir das mal die Credits. Überspringen wir mal. Ah, jetzt. Also Herr Gron könnte das durchlaufen lassen, ich nicht. Mix. Errungenschaft freigeschalten. Schreib meinen Namen im Blut. Es ist getan. Die Ebenen der Stille erwarten mich. Ah, fortfahren. Verwündete haben 300... Neues Fahrzeug. Interzeptor. Nein! Oh, geil! Oh, das freut mich. Ja, das haben... Man kann also jetzt Open World mäßig noch ein bisschen durch die Gegend rocken. Ja, bei Skrotos haben wir immer noch 97%. Schade, ich dachte... Ah, Max schwarze Lederjacke. Der Klassiker! Und was ist das hier? Verbesserung für Schrotflinte? Max kultige Schrotflinte. Eine doppelläufige abgesägte Schrotflinte aus alten Zeiten. Sie ist verlässlich und lässt sich schneller nachladen als alle anderen improvisierten Schrotflinten. Dann behalten wir sie mal. Achso, ich wollte ja nochmal ins Werkstattmenü schauen. Nein, da ist nichts. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Wir können hier noch ein bisschen... Ich kann hier noch, wenn ich Langeweile habe, hier noch so ein bisschen rumsuchen. Die innen, die, die... Oh, guck mal, was ist denn hier los? So viele. Aber ich werde mal was machen. Ich werde dorthin reisen, wo alles angefangen hat, sozusagen. Nach Jet. Vielleicht spiele ich ja da nochmal so ein bisschen, wie sich das auch verändert hat. Ja, vielleicht sollten wir nochmal die ganzen Festungen anpreisen. Vielleicht erinnert sich noch wer dran, wie das hier ausgesehen hat, als wir das erste Mal herkamen. Oh, so sieht der doch viel besser aus, ne? Und wie blutig die Hände sind. Diese Verstärkungen da drauf. Ja, okay. Dann jetzt zu gut, Gersh. Das war ja die zweite Festung. Ah, so ging das. So viel Zeit ist noch. Dann wird die Folge nicht ganz so kurz. Boah, den haben sie da die Arme abgesäbelt. Auch hier? Was ist denn das hier? Hier sind jetzt auch Kinder. Schaut mal. Wahnsinn. Unterhalten kann man sich leider nicht so mit den Leuten. Kannst du den Kopf noch weiter drehen? Dann krieg ich Angst. So, das war gut, Gersh. Jetzt fliegen wir nochmal, reisen wir jetzt nochmal zu Pinkie Eye. Irgendwie bin ich stolz, dass ich das alles auf 100% habe, was die Festung betrifft. Und alles auf null, was die Bedrohung betrifft. Scrodos Armee müsste jetzt ja eigentlich weg sein, so halbwegs, ne? Na, die waren, glaube ich, schon vorher, die Zelte, ne? Aber hier sind jetzt auch Kinder. Guckt, 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 guckt. Och, mit was spielst du denn, Kind? So, und dann haben wir ja noch Deepfriar. Deepfriar. Wenn du einen Dropkicker fährst, kannst du Minen abwerfen, indem du auf A drückst. Ach so. Ja. Die heilen sich wieder selbst. Da ist unser toter, lebender Scham. Und dann mache ich jetzt nochmal eine Reise. Ich will mal kauen, ob da noch irgendwas ist. Aber ich kann jetzt wahrscheinlich nur noch alles absuchen und dann war's das. Rennen gibt's nicht mehr. Die ignoriert mich jetzt hier, ne? Ja, er hat alles, was er braucht. Na gut. Hattest du mich angesprochen? Hier kommt der mighty Duster! Ja, das habe ich... Das hätte ich auch echt vermisst. Wir können ja nochmal bei den Autos schnell reinschauen. Äh, wir wären ja Erzengel. Wo ist denn... Agent Chavalier? Rule of War? Lord Gravel? Kardinal Grinder? Das sind die, die wir eingesammelt haben, ne? Der sieht auch geil aus. Kann gebaut werden. Jetzt muss er natürlich noch verschönt werden. Nein, das Gitter ist dran. Die Panzerung fehlt total. Halt! Da hatte ich nicht die dickste genommen, ne? Die hatte ich genommen. Wenn denn richtig Luft. Wenn denn richtig Auspuff. Reifen kann erstmal bleiben. Stoßdämpfer nehmen wir die. Die? Hat der? Ja, das ist gut. Für die Außenfahrten. Die Stacheln lassen wir jetzt mal. Kühlerfigur haben wir. Was haben wir hier noch? Das dürfte aber alles auf 100% sein. Halt! Ja. Das habe ich auch nicht verstanden, warum denn da auf einmal der Dornstecher so abgerüstet war. Gut. Und wir haben hier auch noch andere Karosserien, ne? Ach, Autos. Wo kann man denn die Autos sich angucken? Sammlerstücke. Sammlerstücke. Erzengel. 86. Nein. The Jack. Da haben wir ja fast alle, ne? Wow. Das ist das richtige Auto. Speed Freak. B zurück. Warum kann ich die nicht nehmen? Das sind alles Erzengel. Ich habe mir das nie angeguckt, wie man sieht. So viel habe ich doch hier aber gar nicht. Ist er das? Speed Freak. Genau. Wir haben den Speed Freak. Das ist das Speed Freak. Das ist das alte Auto von... Ah, nehmen wir das Gitter. Panzerung nehmen wir aber nur die. Fahrverhalten. Guckt mal, wie sich das verschlechtert. Wow. Das bleibt. Das bleibt auch. Die kriegt andere Reifen. Warte mal. Sieht man da am Fahrverhalten? Nein, nein, nein. Das wird sogar besser, wenn man die nimmt. Na gut. Das geht voll aufs Fahrverhalten. Das nicht. Ja, ich spiele hier rum. Das wird jetzt eine lange Folge, weil ich hier nur rumspiele. Ich weiß. Da ist aber alles gut. Ja. Das ist das richtige Auto. Mit dem ist Max hier reingekommen. Vielleicht noch eine andere Lackierung. Wie heißt die? Magnum Opus mit herrschwarzer Lackierung. Mit einer roten Grundierung. Die hatten wir noch gar nicht, ne? Und rostig. So. So sieht er gut aus. Die Black Mamba. Na gut. Tja. Biografien ist noch was. Scheiße. Charaktere. Die hatten wir doch schon auf 100%, ne? Jetzt haben wir das Grotus Armee auch auf 100%. Ah, ja, 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 ja. Alle Autos. Ist Grotus nicht dabei? Top Docs. Den hätte ich jetzt eigentlich hier erwartet. Das sind so die einzelnen Typen von Kempfern. Da ist der LKW. Ne, das ist der, ne? Halt, 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 halt. Kommen wir da hin? Uh. Wo ist denn der Dings da? Ach, da unten. Big Chief. Kario. Da war der Motor drin. Na gut. So. Mit diesem wunderschönen Blick werde ich jetzt vermutlich das ganze Let's Play hier beenden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das wird jetzt wieder eine 30 Minuten Folge. Vielleicht fange ich jetzt schon an, noch die erst zu schneiden. Ich bin noch ein bisschen aufgekratzt. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen. Wenn's wem gefallen hat, wäre ein Abo und ein Like sehr schön. Würde mich sehr freuen. Der Kedos hat ja auch seine Solo-Projekte. Wir haben ja auch unsere Koop-Spiele. Ich hoffe, da läuft jetzt was im Moment. Wenn die Folge freikommt oder freigeschalten wird. Das dauert noch eine ganze Weile. Ich bin ungefähr 100 Folgen zurück. Um mal zu bezeigen, wie ich dieses Spiel gesuchtet habe. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wie gesagt. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.